Hallo, ich zeige euch den Regenesis Mod. Ich spiele GDI und ich spiele gegen die Nord. Auf der Karte von Tiberius Sense, Undercover. So, ähm, los geht's. Warfahrzeug. Ja. Oh, das hat sich vollgebracht. Baraks, baucht man dafür. So, hier ist der Gegner, man kann, also, da wurde gerade ein Gebäude gebaut. So, baue ich hier jetzt mal in der Raffinerie. Das ist einfach mal dahin gespawnt worden. Boah, auf, äh, auf Detail gemacht. Na, ich sag nix. Ich muss mich hier grad mal bis zu deffen. Das war aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe, dass der gleich mit saufen, ähm, Fußtrupps kommt und mich kaputt ballert. Das sage ich eigentlich immer bei, bei Mod-Checks, weil mich das die ganze Zeit aufregt und ich wollte euch ja, eigentlich war geplant, dass ich euch immer zeige. Immer noch nicht Küstenbau, krank. Der Sammler sieht auch anders aus. Das ist ein bisschen, ein bisschen Mix. Wenn man das hier nicht so hell gemacht hätte, würde ich es, würde ich sogar halbwegs gut, äh, halbwegs geil finden. So, baue ich jetzt erst mal hier so ein Uten Factory, also Waffepabrik, der kein Englisch kann. So, da sind wir doch. Alle Panzer wurden verändert. Davon baue ich jetzt erst mal drei, die ich schon bauen kann. Wir haben es, da kann man immer gut gebrauchen, muss ich sehen, gucken, oh mein Gott, feindliche Einheiten, das ist schlimm. Ah, da sieht man es mal wieder, jetzt kommen die, jetzt kommen die hier mit so, mit so blöden, blöden Fußtrupps, äh, das Ziel wählen. Aufdecken, los. Oh mein Gott. Wenn der Tibim Dorn machen wollte, ähm, dann müsste der eigentlich mal so einen Flughafen machen, also so einen Flughafen, weil die kommen ja nicht so was vom Rett. So, dann werde ich mir jetzt erst mal ein, wer denn, von Harvestau oder was? Dann werde ich mir jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt werde ich mir erst mal hier so einen, wieder so einen Powerclamp bauen. So, und das war schon der erste Teil von drei, so und wir sehen uns im nächsten. Okay.